Jesus kehrte 2004 zurück, niemand hat ihn erkannt Jetzt ist er Motivationscoach bei der Deutschen Bank Occupy dein Wohnzimmer, kauf dein Bier bei Telepizza Dir ist heute was Tolles passiert, bitte erzähl es Twitter Lungenkrank und sehbehindert, lass mich in dein Sekt, lass pissen Sag nicht als erstes und hatte direkt verschissen Sie riefen direkt Faschisten, die mich durch die Straßen jagten Und an mein Gesicht erschnitten, jetzt hab ich ne Hasenscharte Nein, das Leben ist nicht fair, great, Kaffee Du bist ein Ritter mit einem Schwert aus Pappe Ich bin ein Drache mit einem Penis in Form eines Dreizacks Ein Lustropfen reicht und es ersäuft eine Streitmacht mit anderen Reitern Bogen, Schütten und Fußsoldaten, super starke Schwellkörper Jederzeit bereit zu beschlagen, ich habe gute Karten Aber bin so eben erblindet, für mich in Grund zu feiern Nie wieder blinzeln, yeah Dass ich gerne Tee beutel, kann ich nicht verleugnen Ich spritz einmal in die Luft und nun müssen Freude Du willst Konfrontation und brüstest dich vor deinen Facebook-Freunden Doch nach dem Battle hängst du an Schläuchen Durch die die Heiratsschwindlerin versehentlich eine tödliche Dosis leitet Um die Lebensversicherung abzugreifen Mit der Frau sich heute bei einem damenhaften Lebensstil Wer auch nicht länger als 10 Monate über geklortem Wasser halten kann Ohne in Zwangsprostitution oder Casting-Teilnahme abzuputschen Alle fühlen ekel, auch halten das Maul, wie wenn ich im Fahrstuhl furze Jeder Beweis, was du nach einem Prophet suchst Ich saufe, gehe schlafen und spiel stinkend wieder auf wie Jesus Ich bin Psyche und habe menschliches Tiervorteil in meinem Silo liegen Doch verarbeite nur Frauen, die unter 45 Kilo wiegen Ich bringe euch das braune Gold und glaub mir, es ist schön zart Mein Dammbereich hat den Haarschnitt von zu für Böhnhardt Bruder, komm zu uns, tritt durch die Klosterpforte Wir schicken roten Stoffe von Rosenmontag bis Totensonntag Hängen ab mit Pocahontas und pressen unsere Eier in Hohlräume Wie in ligurische Ostertorten Schwester, komm zu uns, tritt durch die Klosterpforte Wir schicken roten Stoffe von Rosenmontag bis Totensonntag Hängen ab mit Pocahontas und pressen unsere Eier in Hohlräume Wie in ligurische Ostertorten Hey! Das ist ein überhaupt gut Gefühl, Mann Das ist jetzt 2005 Uhr